hallo willkommen zum neuen video im vorigen teil haben wir den größten bürger der welt versucht nachzumachen da ist er jetzt versuche ich ihn zu essen und zu schaffen und wenn ich es schaffe dann muss meine freundin einen teelöffel tabaksoße essen wenn ich nicht schaffe muss ich leider machen und ich hasse scharf und mal zum vergleich über lu den ihr seht zwei kleine mini burger bis zum nächsten Mal Ich hab das große, kein Schaf, das ist ein Rass. Ich zeig mich nicht auf. Das war's für heute. Jetzt haben wir 3 Patties von 8 Ich habe nur eine Möglichkeit zu gewinnen Du schaffst das, du schaffst das Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das Proteinbedarf gedeckt Proteinbedarf gedeckt So, jetzt ist Balou dran So, ich habe es wirklich geschafft War ein echter Kampf, muss ich echt zugeben Aber der Ansporn war Ich wollte keine Tabasco-Soße essen Danke Jetzt wirst du leider rein Also schon mal vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Und jetzt folgt die Bestrafung Ich bin nicht so nah Wir haben mal die Kotz-Spritzer sehen Auch mit Füßen Okay Gleich kommt die Schärfe, gleich kommt die Schärfe Oh, sie sind ja nicht Autos gut weggesteckt In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut